Hallo Leute, gar keine große Vorrede, es changed sich weiter. Items in Truhen aufgeteilt, sorry für das Chaos. Okay. Aua. Okay. Okay, okay, okay. Ja, einverstanden, kann ich nicht viel zu sagen. Ich denke mal, ja, ich werde heute einfach mal hier an Kai seinem Riesenwerk weiterbauen und ein bisschen Minen gehen. Mal gucken, vielleicht fange ich dann heute auch mit meinem Wasserzyklus an, den ich reinbauen wollte. Und dann, ja, gucken wir mal, nehmen wir mal noch ein Schild mit. Mehr brauchen wir nicht. Ach, die Grafik ist einfach geil mit diesem Texturpack. Das ist, ja, gefällt mir. Hier müssen wir mal auch noch was machen, das ist zu eng. Das ist okay für Anfänge, aber so langsam sind wir doch hier schon ziemlich drin in der Map, also darf hier auch ein bisschen mehr geschehen. Zweiter Ausgang nach unten. Was zum... Cool. Style. Habe ich überhaupt hier Zombies an und so? Nein, habe ich nicht. Aber das sieht gut aus. Das hat irgendwie Stil. Das gefällt mir. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich gucke mal, wie weit der Kai hier gekommen ist und wie ich ganz kurz gesehen habe, als ich das Video zur Playlist hinzugefügt habe, hat er nämlich hier mit einem Gastchanger zusammen im Multiplayer hier dran rum vorwerkt. Finde ich ziemlich geil, vor allem, oh Gott, hey. Also abgesehen davon, dass es absolut lebensgefährlich ist, finde ich diese Treppe doch schon ziemlich cool. Alter, alter, alter. Heieiei, das geht ja tödlich tief. Boah. Mächtig, mächtig. Wenn man hier 3x3 Platz hat und das hier mit Glas auskleidet, hier einen Wasser hochmacht, den dann hier rüber rausführt und den hier wieder runterfallen lässt. Hm, 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 hm. Die Frage ist, geht das dann gerade runter? Nun gut, ich habe jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten für meinen Wasserzyklus. Ich denke mal, wir sind unten. 12,6. Mhm. Dann kann ich das entweder hier reinbauen, indem ich hier einen Wasserfall mache und hier so Wasser, dass man das Boot hochfahren lassen kann und wieder runterfallen. Aber ich denke, ich mache mir die Mühe und baue in den nächsten, ja, Stunden, würde ich sagen, wird das schon dauern, einen externen Wasserzyklus, über den man komplett hoch und runter kommt. Heftig, nicht wenig Arbeit, aber es ist machbar. Gut, dann grabben wir uns ein paar von diesen Spitzhacken und bauen hier mal ein bisschen aus. Und da irgendjemand, ich glaube, es war Kai oder was, T-Beutel, ich bin mir nicht sicher, die decken so tief nicht mag, baue ich hier auch gleich die, ah, Hacke kaputt, die decken gut aus. Okay, das sind hier die vier, aber das sind eigentlich die wahren vier. Das ist nämlich hier diese drei, das ist der Mittelpunkt der Erde. Nein, natürlich nicht. Okay, aber das passt dann so. Hier zwei. Dann muss hier noch eins weiter. Heie, das wird eine richtige Arbeit, diesen Wasserzyklus zu bauen. Also das wird alles andere als spaßig, weil ich muss parallel hierzu einen komplett neuen, Gang nebendran bauen, der bis hoch geht. Das ist viel Arbeit. Oder ich baue es schlampig. Schlampig würde auch gehen. Das ist eine gute Frage, weil das ist echt verdammt viel Arbeit, das so zu bauen. Hm, hm, hm. Hm, mach ich es einfach oder mach ich es genial? Hm. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Einfach hätte den Charme, ich wäre danach zwei Folgen fertig mit. Und das wäre halt schon nicht schlecht, aber... Hm. Aber irgendwie habe ich das auch Bock genial zu machen, aber einfach wäre halt einfacher. Ja, ich mach es einfach, weil, also, auf genial dauert das wirklich ewig und ewig haben wir keine Zeit. Ja, ich mach es auf einfach. Gut, dann wäre das auch geklärt. Dann erkläre ich euch gleich, was einfach bedeutet. einfach bedeutet erst mal, das hier tief auszugraben, weil hier gleich ein Pool reinkommt. So, dann müssen wir hier mal hier noch ein bisschen fackelartig auskleiden. Gucken wir mal, dass wir nichts reingraben. Wäre ja cool, wenn ich jetzt irgendwie auf Diamant stoßen würde oder sowas. Okay, so passt das. Da brauchen wir einen Gang raus. So, von hier kann man dann von oben runterfallen. Genau. Das heißt, hier muss jetzt gleich Wasser rein. Zwar genug Wasser, damit das hier wenigstens so eine Art unendliche Wasserquelle dient. Und dann wird auf einer Seite ein Glasweg runtergeführt. Das war auch alles andere als wenig Arbeit, sehe ich gerade. Und da kann man dann hochfahren. Oder? Ja. Das ist das einzig mögliche. Die Alternative wäre so in einem Wandgang, aber das ist zu viel Arbeit. Okay, dann machen wir das so. Ja, mein Hirn arbeitet, deswegen bekommt ihr gerade nicht wirklich viel mit, was ich mache. Genauso wie ich. Ich bekomme gerade auch nicht wirklich viel mit. Mhm. Oh, ich weiß schon, wo das Schaf herkommt. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich hier reinkommen. Hm, okay. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Hier an der Seite müsste man dann hier das immer zubauen. Okay, und dann hier Wasser runterlaufen lassen. Boah, das ist nicht wenig Arbeit, hey. Wisst ihr, was wir machen? Wir stellen das jetzt hier erstmal im Hintergrund, weil ich muss da noch ein bisschen zu experimentieren. Und, ähm, wir bauen hier so lang ein Double Door Switch. Ja, das ist weit sinnvoller. Alter. Okay, es wurde gerade erst Tag, wie ich hier höre. Okay, die Uhr haben wir natürlich nicht dabei. Das sind auch tatsächlich 20 Folgen lang dran. Und, gucken hier, ob wir eine Uhr finden. Und dann, wenn man endlich mal eine hat, dann wird sie zu Hause gelassen. So, wir brauchen einen Stein Switch, äh, einen Star Stone, Red Stone und noch eine Red Stone Torch. Genau. Haben wir noch mehr davon? Boah, mächtig. Okay, das sollte es gewesen sein. Jetzt muss ich ein bisschen, boah, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Warte mal, wir befinden uns von innen an der Tür, das heißt, er muss rechts hin. Hier sitzt die Tür, also muss er hier hin. Hier. Genau. Perfekt. So, dieses hier muss jetzt zwei tief. Okay, das ist gar nicht gut. Na, ich werde doch wohl da hinkommen. Komm, hier muss das hin. wir befinden uns schon wieder in der Freiheit. Boah, wenn jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, mir das hier wieder wegzuhauen, dann werde ich aggro. Okay, das heißt, ja, das passt. Hier muss ein Kabel hin und das führt den Strom dann hier rüber. Hier müssen wir jetzt weggraben. Lass mich raten, natürlich ist hier auch noch Platz. So, lieber großzügig graben, weil ich nicht genau weiß, wie sich das hier verhält. Wir müssen am Schluss hier hinkommen, weil wenn ich jetzt hier eine Redstone Torch hinsetze und die wegnehmen, jetzt hinsetze, geht die Tür zu. Das heißt, hier müssen wir am Schluss rauskommen, das heißt, hier muss ein Umschalter sein. So, das heißt, wir müssen noch eins weiter, bevor wir hochführen. Ja, das ist so ein bisschen, ihr werdet jetzt keine Ahnung haben, von was ich rede. Ich habe es selber nicht so, wie man hier gerade sprechen hört, oh mein Gott. Aber, ihr seht dann gleich, um was es geht. Hoffe ich. So, ich mache hier mal ein bisschen mutwillig den Gang kaputt. Und wir erweitern das noch um eins, weil dann kann ich flüssig bauen. So, dann geht das hier hoch. Bleibt dann hier, wird repeated, weitergeführt bis hier hin. Das heißt, hier können wir gleich schon mal einen Cleanstone hinsetzen. Hier wird das nachher hingeführt. Tür zu. Genau. Okay. Ja, aber dass wir da nicht so bauen können, ist auch klar. Das heißt, wir müssen den hier hin. Jetzt sollte es gehen. Okay, Leute. Genug der groben Fassade. Jetzt gucke ich mal einfach, ob es funktioniert. Zack. Umschalter. Tür ist zu. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. So muss ich hier nur noch irgendwie lebendig rauskommen. Hm. Machen wir den hier kaputt. Kieschen. Gehen wir da hoch. Kieschen machen wir hier kaputt. Ja. Passt, oder? Kann man mit arbeiten. Sehr schön. Kann man hier wieder zumachen. Und keiner wird jemals mitkriegen, das hier passt, oder? Bin ich zufrieden mit. Hm, dieser Wasserfall. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das wirklich da unten bauen soll. Ob ich das jetzt primitiv baue? Weil es geht halt schon weit schneller, so ein Wasserfall. für den jetzt primitiv bauen sollen, oder richtig ausgeklügelt. Cool, wo man hier überall rauskommt. Wir haben uns quasi hier den ganzen Berg schon ein bisschen durchgegraben. Cool. Gefällt mir. Also, ich überlege noch mal kurz. Die einfache Methode ist mir irgendwie ein bisschen zu primitiv. Die Alternative wäre ein 1x1 großer, ich glaube, ich hoffe, das reicht. Ja, das sollte reichen. Bote können, glaube ich, 1x1 schon fahren. Ein 1x1 großer Gang. der parallel hierzu verläuft und das Wasser hoch fährt und oben kann man es dann einfach wieder runterfallen lassen. Die Alternative wäre halt hier mit so einem Seitweg in der Mitte Wasser, dass man dann hier hochfahren kann und wenn man oben ist, gibt man den Boten einen Schubs und es fällt hier runter, könnte aber irgendwo auf den Stufen hier zerschellen. Das heißt, wir müssen sich ständig neue Boote craften. Gut, dann machen wir das mit dem Seitweg. Ist zwar weit mehr Arbeit, aber es soll ja auch schön werden. Ich habe es doch gedacht, so schnell arbeitet nur eine Eisenspitzhacke. Haben wir immer noch eine? Iron Pixate, also echt Stone Pixate, das ist schon besser. Okay, müssen wir erstmal ein bisschen den Stein wegklopfen. Okay, wir bauen das am besten da rüben rein, weil da dürfte ja der Berg schön weitergehen. Wir haben schon wieder 14.30, also nicht Uhr, sondern verbraucht. 14.30, ja, der Berg geht hier rein. Zack. Wow, lag. Was ist denn jetzt los? Zwei Frames, okay. Ich drücke mal hier auf Escape. Sechs, sieben Frames, ein Frame. Schön. Und jetzt los. Mein PC hat jetzt keinen Speicherplatz mehr. Ah, mein PC hat keinen Speicherplatz mehr. Na gut, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.